Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Erdbeerlikör mit rosa Pfeffer. Ein fruchtiges Erlebnis aus der Frucht, die in der Botanik zu den Nüssen zählt. Erdbeerlikör, eine süße Verführung, die auch in so manchem Cocktail zu finden ist. Für drei Flaschen zu je 0,7 Litern werden folgende Zutaten benötigt. Kilogramm, sehr aromatische, frisch kleine Erdbeeren, zugeputzt. Halbe Kilogramme weißer Kandiszucker, Vanilleschote, 1,4 Zimtstange, 700 Milliliter sehr guten Kognak oder Weinbrand, 700 Milliliter gutes Kirschwasser, ein Teelöffel getrocknete rosa oder rote, ersatzweise grüne Pfefferkörner. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage, Küchenpapier, Baumwolltuch, Mörser mit Stößel, scharfes Messer, Schneidebrett, große, bauchige Glasflasche, feines Küchensieb aus Kunststoff, Baumwolltuch, drei Glasflaschen, a 700 Milliliter Inhalt. Zubereitung Die Erdbeeren vorsichtig waschen, auf Küchenpapier abtrocknen und erst jetzt vom grünen Stielansatz befreien. Den Kandiszucker in einem Tuch mit einem Hammer grob zerstoßen. Die Pfefferkörner im Mörser grob mörsern. Die Vanilleschote in circa einem Zentimeter lange Stücke schneiden. Die Erdbeeren mit dem Kandiszucker und den Gewürzen in eine bauchige Glasflasche schichten. Mit Pergamentpapier zugedeckt über Nacht ruhen lassen. Am darauf folgenden Tag die Mischung mit dem Kognak sowie dem Kirschwasser aufgießen. Die Flasche dicht verkorken und an einem sonnigen Ort für mindestens drei Monate reifen lassen. Danach den Likör durch ein sehr feines Kunststoffsieb, kein Metallsieb, dieses kann einen unangenehmen Geschmack in den Likör geben, filtern. Das Fruchtfleisch kräftig ausdrücken. Den Likör wieder in die bauchige, ausgespülte Flasche füllen und für einen weiteren Monat, diesmal dunkel, nachreifen lassen. Dann nochmals durch ein mit einem Baumwolltuch ausgelegtes Kunststoffsieb filtern. Haltbarkeit Der Likör ist gut verschlossen, circa sechs Monate haltbar. Lagerung Der Likör sollte nach dem letzten Abfüllen dunkel gelagert werden. Verwendung Bei guten, aromatischen Erdbeeren schmeckt der Likör wegen des fruchtigen Aromas pur am besten. Als Aperitif schmeckt der Likör sehr gut mit gutem Sekt oder Weißwein gemischt. Eis, Sorbet und Parfait oder Cremen und andere Nachspeisen schmecken damit übergossen hervorragend. Diese Varianten gibt es Den Kognak durch Arak ersetzen Zusätzlich sehr fein geraspelten Ingwer zu den Gewürzen sowie die Schale einer Zitrone mischen Erdbeerlikör Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!